Moin Leute, fragt mich nicht. Wir machen jetzt Skywars. Hi. Ach komm schon rein, das sind drei. Guck mal, ein Nachbar ist einer. Ah ja, ich sehe nur die Namen, aber... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wassereimer, dann auf den zweiten Slot und immer mal so wechseln, dass es so wirkt, als würdest du halt wirklich auch so ein MLG machen wollen. Ich zeige euch, Leute, wenn das klappt, dann wild. Irgendwann muss ja jemand kommen, spätestens der letzte. Sechs ein Albstünden später. Oh, aber es muss nicht überkommen. Versuchst du dich hier schon an die Leute ranzumachen? Ja, das sind so weit. Ich guck. Kommen die? Ja. Oh, perfekt. Aber ich weiß nicht, wir wollen nur zu dem Typ noch... Die Spannung. Hör mal vor, jetzt. Beide. Hör mal vor, jetzt. Beide. Sind wir es lieb, oder? Ja, ja, ich sehe es. Sind sie da? Okay. Sind beide runter? Wirklich jetzt? So, Leute, nachdem das ja relativ gut geklappt hat, versuchen wir das direkt nochmal. Das ist schon ein bisschen asozial. Tschüss. Süßchen da oben. Da kommt jemand. Sneaken, sneaken. Zieh dich aus, zieh dich aus. Ladies and gentlemen, we got him. Zieh dich aus, zieh dich aus. Scheiße, das habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, der hat schon alles durchschaut. Achso, das ist der. Ich verstecke mich hier hinter dem Auchen. Was ist? Wie du mich einfach da versteckst. Hä, na, sieht mich hier jemand? Nein. Schreibt mal so was rein, wie wer will mit mir einen TNT-Boost machen? Kommt mit ins Schlumpfenland. Wenn die die Letzten sind, das können die sogar Chancen haben. Die wollen nämlich gerade schon wieder einen machen. Ich bin da vor wieder zwei, da recht runter. Das wäre selbst nice, wenn sie sich runterschlagen würden und dann selber das noch für einen Boost nutzen würden. Haben Sie es gecheckt? Ich habe es gezündet ausgersehen. Wirklich jetzt? Ja. Aber aus dem Grund, weil der Typ hat nie was zu beworfen, ich wollte immer noch einmal zu beworfen. Ich habe mich gerade die ganze Zeit vor dem versteckt. Ne, wir sind überhaupt nicht. So, ich gehe jetzt auch mal darüber mit dem Boost. Vielleicht schaffe ich sogar einen Chancenar. Und jetzt einen Chancenar, auf die wäre auch ganz wild, aber ich habe zu wenig TNT von Chancenar. Ich gehe nicht hoch genug, oder? Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott! Einfach ein Video, noch die Hütte des Dings. Der hat sich gesaved. Die Schöne. Passt ein Video an, ja, gell? Ja. Und den auch noch. Da, Typ, da, Typ, da, Typ. Über dir, über dir. Der wäre auch ein Chancenar, der will sich rächen. Der will sich einfach rächen. Es ist mir so schweig. Ich will nicht den Korb aufsetzen, wenn der runter geht. Nein, nein, ich gewinnere niemals den Fight gegen den. Jetzt? Ja. Er kommt, er kommt. Scheiße. Und da geht er down, Chat. Da ist er down. Chillig, dass du jetzt erstmal Sprachnörigen anhörst. Chillig, Leute. Man schafft es einmal in der Aufnahme und dann will erstmal Jujas Freundin über die Lorenz Kraft Bescheid wissen. Physik-Abi 15 Punkte. Nee, aber Retalk, ich glaube, der Name, den ich hier nicht vorlesen darf, der hat auf jeden Fall jetzt sein blaues Wunderfahnd. Ja, und mit diesem wunderschönen Lachen im Hintergrund würde ich sagen, dass ich euch allein aus diesem Video das war's, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Schreibt uns bitte Skywars Challenges unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. How to ride? Bis dahin, Tschisikowski und ciao. Das war keine Absicht. Ich dachte, ich wäre gemütet.